Zuletzt haben wir das Warenhaus für die Alchemisten auf der dritten Ebene fertiggestellt. Jawoll, das Warenhaus ist fertig. Danach habe ich etwas Piety geskillt, also Frömmigkeit. Hierzu betet man zu Gott und wenn dieser einem wohlgesonnen ist, wird man teleportiert. Das funktioniert allerdings nicht immer und so muss man viel beten. Und dann kommt der dritte Seite. Und dann kommt der dritte Seite. Dann kommt der dritte Seite. Wenn man mit Piety Level 30 erreicht hat, kann man einmal täglich zu Gott beten, um seinen Ruf zu erhöhen, sprich das Alignment zu verbessern. Das entsprechende Symbol kann man in die Aktionsleiste ziehen. Danach geht es dann endlich im Lager wieder weiter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Judel Your Own mit Tragodor und den Antikern. Ja und bin nicht alleine, der Nico ist auch da. Hi Nico. Habi lehre. Und der Fuzzi ist auch da. Hallo. Moin moin. Ja, wir sind hier gerade fleißig am Arbeiten. Die Steinmini ist hier voll. Ich komme gar nicht gescheit rein hier. Ich werde gleich mal ein paar Steine mitnehmen. Die hat der Erwin voll gemacht, hast du gerade gesagt, gell Nico? Genau. Fleißig, fleißig. Haben wir immer viele Steine, brauchen wir jetzt sowieso. Ich habe nämlich hier rundherum schon begonnen, Castle Wall Baustellen jetzt zu setzen. Und, ja, müssen wir jetzt mal schauen, dass wir die ganzen Steine da reinsetzen. Hier am Burgeckturm habe ich die 600 schon reingesetzt. Da brauchen wir jetzt dann noch, ja, 800 Granit, 100, was brauchen wir da? 100 Hardwood Boards, 90 Mortar, das heißt Flux brauchen wir auch einiges und 40 Metal Bands. Aber dann wäre schon mal der erste Tower fertig. Das wäre natürlich sehr nice. Und ansonsten werde ich hier die ganzen Steine so in die Castle Walls reinsetzen. Da haben wir auch gleich nochmal 240 Steine. Und, ja, können wir gleich mal verbauen. Architecture habe ich jetzt auf 69 geskillt. Das reicht schon mal für das erste. Da kann man zumindest schon mal die ganzen Burgtorhäuser und alles setzen. Wenn wir jetzt da hier die Erde noch aufschütten, dann können wir das letzte, das zweite Burgtorhaus nochmal bauen. Das auf der anderen Seite ist schon gesetzt. Und, ja, wir haben noch das zweite Lagerhaus noch letztens fertig gebaut. Für den Erwin. Und mal schauen, wie wir hier dann so weitermachen. Ich komme mal wieder ins Lager. Hallo Stefan. Bist du noch unterwegs? Ja, ich bin noch unterwegs. Ach, ein Beten, oder? Betest dich quer durchs Land. Ja. Mit Piety. Römmigkeit. Ja, das habe ich letztens auch ein bisschen geskillt. Das zieht sich ja ziemlich, weil am Anfang funktioniert es nicht so wirklich. Da muss man erst mal beten ohne Ende. Und dann funktioniert es nicht wirklich so. Und irgendwann bohnt man dann kreuz und quer auf der Karte. Und erst dann killt man es, ja. Und wenn man dann ein bisschen hochgeskillt ist, dann ab 10, 20, dann funktioniert es fast bei jedem Mal. Dann geht es auch besser. Und erst ab 30 kann man ja dann hier mit der Registerkarte dann das normale Praise Guard, also das Beten, runterziehen. Und einmal täglich dann beten, um sein Alignment hochzuskillen. Und das ist jetzt bei mir, glaube ich, erst noch bei 0, irgendwas. Das geht hier auf den Server ein bisschen zäh, ja? Ja, 0,8 bis 1 maximal. Abhängig vom Luck. Ja, genau. Aber ist natürlich nicht schlecht. Gerade wenn man dann später im Kriegsfall ist. Weil man ja für Kills eben seinen Ruf verliert. Und für Morde, glaube ich, sogar um... Bis Minus 50 und dann bist du Bandit für deine Zeit. Genau. Kannst dich aber dann wieder hochbeten, beziehungsweise möchte ich da was irgendwas machen. Und es gibt dann noch Guards Mercy ab Stufe 60, wo man eben andere dann... Ich kriege praktisch einen Freibrief. Ja, Remove Death Penalty. Also da kann man für PvP Events... Also es ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, das als Sekundär-Skill mitzuskillen. Ich meine, man kann ja eh 5 Skills auf 100 hochbringen. Für seinen Beruf, für seine Zunft. Und dann Sekundär-Skill. Ist Piety bestimmt nicht die schlechteste Lösung. Ich werde das auch mal hochskillen. Weil Fishing und Hunting werde ich jetzt nicht so brauchen. Und ich glaube, Chivalry, also Juwelier, macht, glaube ich, der Anubis. Genau. Und Künstler, ich weiß nicht, wer Künstler macht dann bei uns Arts. Kann man. Kann man halt Bilder und Zeugen machen, glaube ich. Ja, aber irgendwie ist er noch ziemlich... Profäen, überall hinhängen. Mal schauen. Und Mentoring, ja, muss man auch mal schauen. Das ist, glaube ich, eh dann was für die Kräuterkundler. Weil ich denke mal, da muss man doch ein bisschen intelligenter dafür sein. Ja, ich habe eine Intelligenz von 12. Ja, ich habe 10. Ich habe das jetzt downgeskillt. Ich habe das ein bisschen auf Willpower gesetzt und Constitution. Und, aber ich glaube, für Mentoring ist wirklich Intelligenz nicht so unwichtig. Ja, mal schauen. Ich weiß, also das müssen wir mal dann ausprobieren mit der Schule. Da kann man dann in der Schule dann andere auch skillen. Was von der Idee her ja ziemlich nice ist eigentlich. So, jetzt glaube ich, bin ich eh voll mit Steinen. Dann werde ich hier mal Steine wieder reinkloppen. Ja, und pflastern muss ich noch. Ich muss noch Construction auf 90 skillen. Damit wir endlich dann unsere Trader-Cards bekommen. Also werde ich mich da jetzt gleich mal noch ein bisschen hinsetzen und noch irgendwie Straßen pflastern. Ach ja, übrigens, Nico, du kannst auch Bäume fällen, oder? Ja, ich bin gerade an Bäume fällen. Du bist gerade am Bäume, sehr gut. Wenn du diesen Außenweg entlang gehst, ich habe da ja im Hintergrund, hier sieht man es, da ist eine Straße gepflastert, das ist sozusagen dann die Grenze von unserem Lager. Und die geht nach Norden und biegt dann ab nach Osten. Und da wollte ich eigentlich rundherum die Grenze von unserem Lager pflastern. Und da waren aber auch einige Bäume im Weg. Vielleicht kannst du die auch wegfällen. Ja, mache ich. Also ich reite hier mal entlang. Und dann geht es hier nach rechts, beziehungsweise nach Norden. Ach ja, und hier lag letztens so ein Baumstamm quer auf dem Weg. Das bitte vermeiden, weil wenn man hier am Galoppieren ist, dann scheut das Pferd und dann ist das schlecht. Genau, und hier sind dann schon Bäume im Weg. Die sind mitten auf der Straße sozusagen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was die für Qualität haben. Aber wenn sie jetzt nicht unbedingt Grad 80er Plus Qualität haben, dann können die eigentlich auch alle weg, denke ich mal. Und hier ist sogar noch ein Wurzelstock, der dann auch weg, weil dann pflaster ich da die Straße weiter. Oh, aber hier sieht es so aus, als hätte jemand Bäume gepflanzt. Das sieht man jetzt nicht so. Mal schauen, was ist das für mich? Das sind doch Softwut, oder? So, Zeit zusammen. Ja, hallo Stefan, hallo. Willkommen im Let's Play. Hey, die Leute werden sich schon denken, warum ich lange nichts gesagt habe. Ach, du bist ja eine Weile on, oder wie? Ja, du kommst natürlich nicht in deinem Räder-Plus-Unterbrechen. Ja, wenn ich mal rede, hey, dann... Nein, ich habe gerade gesagt, ich hoffe, es ist nicht schlimm. Die Bäume, die da quasi auf der Straße, die ich da rundherum gepflastert habe, das sind ein paar Bäume im Weg. Aber ich habe gerade geschaut, was die für Qualität haben. Nicht, dass die... Die waren jetzt aber nicht so hochwertig. Weil dann kann ich da die Straße weiterplastern, damit ich Construction eben auf 90 skill, damit alle ihre Trader-Cards bekommen. Dann kannst du das umhauen und das dann so viel jetzt machen. Aber ich würde das nicht nassenhauen, Bäume roden und dann so, hm, jetzt bringen wir uns um und an. Nein, 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 also die Stümpfe wegmachen bitte und keine Baumstämme auf der Straße. Ich bin nämlich letztens entlang galoppiert und mitten auf der Straße lag, quer am Baumstamm. Du weißt nicht, wer das war. Aha, du warst das, okay. Da wärst du nämlich plötzlich stark eingebremst. Ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Ähm, hat einer von euch einen Heilungsskill damit? Nein. Müsst ihr da Kräuterkundler haben, oder? Ja, ich bin da Kräuterkundler, aber ich habe auch keinen Heilungsskill, weil sich hier gar keiner verletzt, freiwillig. Achso. Habst du schon anbauten, dass ich mich absichtlich verletze? Also mich kann einer später mal ein bisschen reinhauen, damit ich meine Chainmail-Rüstungsskille. Wer will? Ich habe hier das gleiche, aber ich brauche nur ein Schwert dazu. Genau, und, ähm, ach ja, wenn du schon an bist, ein Meldet bräuchte ich. Mir ist nämlich heute Nacht irgendwann mein, ähm, das hört sich jetzt komisch an, wenn ich das sage, oder? Aber mir ist heute Nacht mein Hammer kaputt gegangen. Also ich mein jetzt, ähm... Du wirst dann wahrscheinlich ziemlich dringend brauchen, oder? Ja, ich hab mir halt jetzt nochmal einen primitiven Hammer gemacht. Naja, weil sonst bin ich jetzt nur so an 50 Minuten nochmal weg, oder so. Ja, passt schon, kein Stress. Dann komme ich online. Oder es gibt eine Möglichkeit, ich komme online, mache dein Meldet und gehe wieder ab. Passt schon, keinen Stress. Kommst einfach, wenn du Zeit hast, machst dann den Meldet und legst mir den in die Kiste. Ich habe jetzt dabei noch den primitiven Hammer, der hat jetzt noch ein bisschen Haltbarkeit. Aber, ist mir dann so eingefallen, so, kannst du auch gern zwei, drei Meldets machen, weil, äh, den werden wahrscheinlich Aumeister immer brauchen können. Ja, machen wir, klar. Genau. Und ansonsten, was haben wir sonst noch? Äh, Hardwood Pillets für uns bestimmt auch machen für, für Kohle. Oder irgendjemand. Nein, ich bin kein Förster, ich hab's nicht so weit. Ich hab Hardwood kann ich noch nicht, oder? Oder kann ich das? Ja, ich hab's nicht so weit, wenn du viel hast, ein Logging. Richtig, oder so? Ja, und dann kannst du damit tatsächlich automatisch viel, ähm, ähm, schneiden. So, das war das Wort. Genau. Ansonsten schaut es eigentlich schon ganz gut aus, jetzt unser, unser Lager. Die Anubis müsst ihr da noch kommen und den Scoutdauer da hinten wegmachen. Dass wir da auch noch ein Burgeck tun. Anubis müsst ihr da kommen und mir Seide geben für eure Schwerter. Genau, das auch noch. Anubis müsst ihr auch kommen und mir eine Rüstung machen. Das auch noch? Ja, ich glaub, der kommt schon, der war ja arbeiten oder so. Und. Der wird noch schlafen und am Abend drin sein. Ja, der kommt dann bestimmt irgendwann. Wenn ihr wisst, das war jetzt mein Pferd. Oh, ich sag mal, mein paar Kräuter. Verdammt. Ich glaub, das war's, oder? So. Gib ihnen nochmal kurz AFK. Alles klar. Schöne Leute im Level 2. Ciao. Ciao. Also, wie ich jetzt mein Heimskillen muss, ist dann anscheinend, ich muss warten, bis einer von euch K.O. ist. Dann muss ich euch wieder belegen. Nee, nee, nee. Du konntest mir einfach nur, äh, wo bist denn du gerade? Ja, ich bin hier, äh, an Kräutersammen gerade. Also direkt vor der Rampe. Weil, ähm, dann konntest du mir auch nicht reinbetonieren. Damit killst du gleichzeitig mein, mein Chainmail. Verletzt mich und kannst mich dann auch wieder heilen und killst damit dein Healing. Moment mal. Wo, 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 wo bist du? Südliche Rampe. Südliche Rampe. Ja, ich bin im Wald und, äh, bin da gerade am Sammeln. Ich galoppier da mal. Galoppierst bis auf dem Pferd. Für 10 Meter. Ja, hey. Ich habe eine Chainmail, die ist schwer. Ist genau, ist genau das Gleiche, als wenn du, wenn du einkaufen fährst um der Hecke zum Lidl oder sonstigen. Schleichwerbung, Schleichwerbung. Ach ja, genau, darf man ja nicht sagen. Na, passt schon. Und du dann da mit dem Auto reinfährst. Na, erstens mal muss ich sagen, ich finde dich nämlich gerade gar nicht. Wo bist du nämlich? Da, wo die beiden, äh, im Süden oder was? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Südliche Rampe. Ja, da war ich gerade. Moment, ich... Hörst du mich reiten? Nein. Bin ja am südlichen Teil dieser großen, äh, Baustelle. Mit den zwei, äh, zwei Warenhäusern. Ach, das ist die östliche Seite. Okay, Moment. Das ist die östliche, das ist Süden. Auf der Karte steht der Süden. Also eigentlich müsste es, eigentlich müsste es der Osten sein. Der Süden ist nämlich, äh, ist ja wurscht. Da merkt man das mit hoher Intelligenz. Moment mal dann, ich galoppier da entlang. Ja, kriegen wir schon. Norden, Osten, Süden, Westen. Ne, ich hab mich jetzt an der Karte orientiert mit dem komischen Hügel da. So, hier bin ich. Wissen Sie, gut, dass ich das Pferd genommen habe und nicht beim Lidl war. Gleich, jawohl. So, jetzt kannst du mir mal reinboxen. Und zwar richtig schön irgendwo drauf. Du kannst auch die Schaufel nehmen, wenn du... Du kannst auch die Schaufel nehmen oder so, wenn du eine hast. Ich hab keine Schaufel bei, ich hab nur eine Sichel. Okay, aber, mal schauen, machst du... Ne, mit 0,8 Damage mach ich dir keinen, mach ich nichts. Naja, zumindest doch um einen Punkt hast du mich geskillt. Ja, weil ich dich einmal im Kopf getroffen hab mit 3,8. Ähm, warte mal, nimm ne Schaufel. Warte mal, ich wollte gerade eben meine Fackel ausrüsten. Ich hab Wurfmöße zur Verfügung, dem mach mal einen Kopf, 30 Schaden. Aber du hast doch da einen Dolch, oder? Was denn, ne, ein Schwert ist das, ne? Ja, aber dann mach ich dir 30 Schaden und dann fängst du an zu bluten. Ja, aber dann kannst du mich heilen. Na, warte mal, ähm, ich... Ich leg dir hier eine Schaufel rein. Braucht keine Schaufel, ich hab eine Fackel. Ja, ich weiß nicht, ob die so viel Schaden macht. Probier's mal. Genau der gleiche Schaden wie eine Schaufel. Ja, dann mach mal. Hier muss ich jetzt ausrüsten. Klag mich. Der geht noch extra ein Baumstumpf auf, auf, auf dem Weg, dass Drago das Maul pflegt. Klag mich. Ein Moment. Gemach. Ja, 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 ja. Nicht schlecht. Okay. Jetzt kannst du mich mal heilen. Kannst mal ausprobieren. So eine scheiß Fackel macht so viel Schaden hin. Ja. 24 Schaden. Ja, aber nur Soft-Happé. Sprich, ich kann dich da mit K.O. hauen. Ja, ja, das reicht ja. Ich hab halt mein Heilen erhöht. Genau, siehste. Was hast denn du eigentlich für eine Rüstung? Brauchst du auch ein paar ausmacht? Ja, ganz, ganz ruhig machen. Au. Voll süß. Müsst du auch was killen, oder? Jo. Du machst ja auch mehr als 0,8 Schaden. Du hast wahrscheinlich höhere Stärke. Ich hab nur irgendwas von 17. Ja, 31. Ja. Das ist halt so, wenn man die ganze Zeit Kreuzer hat, dann kriegt man keine Stärke. Ja, musst du halt größere Kräuter sagen. So. Ich kann ja auch den ganzen Tag Baumstämme hochheben. Ja, genau. Zum Beispiel. Bauen wir da so eine Trainingssäcke mit lauter Baumstämme. Ja, warum nicht? Ja. Am besten ist, ich würde dich in die Gruppe einladen, dann siehst du auch, wann ich umkippe. Zum Beispiel, ja. Kannst du machen. Okay. Dann verschieben wir das nochmal hier. Argo? Ja. Der Weg ist jetzt frei. Mal ein Stück lang. Ja, sehr nice. Genau. Ja, du kannst mich auch nochmal mit der Fackel hauen. Ja, erstmal kriegst du hier mal einen Buff. Nämlich, falls ich umkippe, damit du kein Ärger kriegst. Du kriegst nur einen Ärger, wenn du kribierst. Kriegst du einen Ärger, wenn du jemanden K.O. schlägst. Töte dich ja nicht. Ich hab, ich sag's ganz ehrlich, ich hab, Erwin hat das, was ihn getötet, aber bin ich ins Minus gekommen. Ja, weil ihr... Ach. Weil wir den, äh, geduldet sind. Wie heißt das jetzt? Nein. Das ist mir jetzt nicht klar, aber okay. Warte mal, warte mal, lass noch mal Suppe essen. Weil dann zeigt der Food Multiplikator, jetzt kannst du wieder... Genau. Aua. 6,9, ja, sehr gut. Bei mir steht nur 1,3. 7,4. 7,9. Und 8,4. Dann ist bei mir wahrscheinlich das Ding gebackt. 9, sehr gut. Ja, bei mir ist der Schaden gebackt. Ich seh nur, immer nur noch 1,3. Ja, ist doch ganz... Moment, stopp. Jetzt, glaube ich, äh... Äh, ja, jetzt, äh... Jetzt wird mir schon leicht schwindlig. Ja, sehe ich ja. Genau. Kriegst du mir ein bisschen healing. Aber auf 13 geskillt. Auch nicht schlecht. Genau. Jetzt kannst du mir wieder heilen. Hm. 1,33 habe ich jetzt beim Heilen. Das dauert so ewig. Ich kann dich nicht mehr heilen. Irgendwie ist dein Gesicht verpackt. Du hast so eine Strähne im Gesicht. Ja, ja, ich weiß schon, das ist... Ich war letztens beim Friseur hier, und, äh... Ha, und der hat daneben geschnitten. Und der hat daneben, ja, die Strähne hat er halt vergessen. Aber ich wollte das eh schon mal ausprobieren, wenn ich jetzt meinen Helm da abnehme. Ob ich dann hübscher bin, ich weiß es nicht. Ich glaube, das hilft nicht viel. Der liegt am Helm. Wahrscheinlich hat er, ist das Absicht. Ach ja. Ich habe hier nämlich diese, diese eine... Normal liegt die so seitlich, ne? Also... Ne. Okay, und wenn ich jetzt den Helm wieder aufsetze, dann schiebt es mir meine Haare ins Gesicht. Ja, bei mir ja nicht. Doch, das ist hier tatsächlich scheinbar Absicht. Ja, bei mir nicht. Ja, du hast einen anderen Helm. Der sieht scheiße aus, ne? Ja, irgendwo müssen die Haare ja hin, ne? Das ist... Naja, okay. Also der Weg ist jetzt freier. Ich weiß nicht, ob wir weiter hinterher machen willst. Du kannst mich jetzt wieder verprügeln. Ey, nicht den Helm hat nehmen. Ich, äh... Ja, soll ich den noch ein bisschen, weil ich muss dann auch noch ein bisschen skillen für... Schlag mich. Für... Construction dann noch. So. So, bin ich am Arm getroffen. Warte mal, ich sollte die am Tor so... Du musst mehr als 0,8 Damage machen. Ja, ja, ich mach... Was mach ich denn? 3,7? Ja. So. Du brauchst halt immer ein bisschen Damage. Genau. Aber ich hab jetzt rausgefunden, dass du auch an einem Pferd deine Waffen skillen kannst. Ohne dass die Pferd sterbt. Die kannst du dann wieder einpacken und dann packst du wieder aus, haben die ja wieder volle HP. Okay. Ob das so gemeint ist, dass die so funktionieren, glaub ich ja nicht. So, dann hau ich die jetzt noch ein bisschen. Und danach skill ich noch ein bisschen, ähm... Lass mein Pferd in Ruhe. Mein Wüter. Konstruktion, was? Dein Pferd? Irgendjemand bewirbt mich. Ach, du wirst hier... Du wirst hier gerade beschossen, beworfen. Ja gut, ich muss eh noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen pflastern hier. Und damit ich Konstruktion noch ein bisschen hochskill. Und ansonsten, ja, hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat. Und ihr dranbleibt. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Wir werden unser Lager weiter ausbauen. Und, ja. Und die Mauern oben bauen. Steine und Pflastern und alles mögliche. Wir werden sehen. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Servus. Euer Drago. Du kannst doch nicht einfach mich mit Messern abwerfen. Du weißt, ob ich noch Tat hatte. Welch.